Der ist hier, aber keiner von euch und der nimmt was! Ich mach Kühne, ey! Tut doch was dagegen! Tut doch, mein Gott! Hier sind alle beide! Wir verlieren immer mehr! Vor ihr Rioslamen, herzlich willkommen zu einer Folge Splatoon! Was ist das, was spielen wir? Wir spielen Splatoon! Miri, äh, Riol und ich gegen... Ich habe eine Pferderrüstung. Ach, du musst so... Ah ja, alles bunt, Mann! Aber wie schieß ich? Wie geht das? Mit rechtem Haustaste. Ich mach nichts! Ich mach nichts! Ja, aber da schieß ich ja nicht, da lauf ich nur! Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab ne Waffe gekriegt, ihr nicht? Oh, ihr seid Lutscher! Ich hab nur so'n Starm! Ja, ich auch! Du musst eintauchen, um deine Tinte aufzuladen! Wie tauch ich ein? Ah, mit Shift! Ah, ja! Und sieht man mich da nicht? Nee! Oder mich schneller? Hui! Hui! Das ist ja cool! So! Ja, man sieht dich nicht! Los, komm her, ihr grünen Lutscher! Alles voll spray! So, das Splatoon nicht kennt, wir müssen hier alles einfärben! Kann ich da jetzt auch Wände hoch mit, wenn ich... Ja, man kann auch Wände hoch! Tatsächlich? Ja, wie geil ist das denn? Komm her! Genau, wer Splatoon nicht kennt, das ist von dem... Ähm... Das ist ja geil gemacht! Von dem Computer, äh... Computer, ich sag schon. Wii U-Spiel, Splatoon. Wo es einfach darum geht, so viel von der Karte in seiner eigenen Teamfarbe einzufärben wie möglich. Und sich mit den Gegnern zu bebatteln. Ich bin gestorben! Oh, was machst du denn? Ich hab ihn... Aber ich hab ihn auch getötet. Wie? Ich hab den anderen Gegner auch getötet, steht da. Alles, alles voll schmieren, voll schmieren! Und dann... Das ist so geil, wie schnell man da ist. Zählen die hoch, oder? Ja, ja, alles zählt. Vor allem kannst du dann auch Wände hoch... Ne... Okay, die Wände... Weiße Wände anscheinend nicht. Aber wenn man auftaucht, springt man so ein bisschen. Ja. Ich... Und jetzt mach ich erstmal von den... Von den Grünen weg. Die Grünen, die Grünen, das sind die Idioten... Nein, halt. Es... Hat sich richtig gereimt, yo. Yo, yo. Was macht... Was habt ihr denn für Waffen hier, Yolo Miri? Ich hab so'n... So'n blöden Stab. Ja, ich auch. Ihr seid scheiße. Ihr habt euch das falsche Kit ausgewählt. Wie welches Kit? Du wusstest, dass es Kit gibt? Ich wusste auch nicht, dass es Kit gibt, entschuldige. Ah! Ich werde anfühlen. Wir führen, Valerie, wir führen. Ja, wir machen sie alle fertig. Ich mein, das ist zwei gegen drei, aber ist ja scheißegal, wir führen. Und dafür sind wir aber ziemlich schlecht. Miri starb durch Tinte. Ah! Tinte gestorben. Wo ist denn der andere Typ, der dich gerade getötet hat? Den schnapp ich mir. Ey, die machen... Die machen irgendwie mehr als wir. Ja, irgendwie sind die zu zweit stärker als wir. Was ist das für eine Scheiße? Irgendwas habt ihr falsch gemacht. Ihr seid einfach kacke, unfähig. Ich bin gut. Du bist der Cheater. Da ist, da ist, da ist einer! Da ist einer! Da! Schieß den kaputt! Komm, aus deiner Farbe wieder raus, du Arsch! Die Runde geht nur noch eine Minute. Ich hab ihn getötet! Ja, ich hab ihn getötet! Yes! Wer hat ihn getötet? Ach, du schießt so Schneebörde! Ich schieße mit rechten Maustas. Ich hab... Toh, der hat mich getötet. Leute, wir haben nur eine Minute. Ne? Das ist feinlich, wenn wir das jetzt versagen. Oh, oh! Die kriegen immer mehr, die kriegen immer mehr. Der macht wahrscheinlich bei uns mit Spawn was weg, ne? Ja, richtig! Ja, der ist hier! Der ist hier, aber keiner von euch unternimmt was! Ich mach... Tut doch was dagegen! Tut doch, mein Gott! Hier sind alle beide! Wir verlieren immer mehr! Nein! Das können wir nicht zulassen! Ich hab ihn getötet! Er ist weg! Oh, man! Nein! Aua! Mach alles bunt! Alles bunt! Einfach alles bunt! Ach, wenn er... Ich seh ihn nicht, wenn er in der Tinte ist! Nein! Wenn du Shift drückst, sieht er dich aber auch nicht! Da 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 da! Das ist voll cool! Wir haben wieder 60 Prozent! Wir haben wieder 60 Prozent! Ja, ja! Jetzt wieder alles chillig, ne? Chillig! Noch 14 Sekunden! Das werden die nicht mehr schaffen! Das schafft ihr nicht, ihr kleinen Banausen! Oh! Oh! Ich bin geklemmt! Boah! Wie du voll reingejumpfst! Wie kann er mich denn sehen, du Lappen? Alter! Noch zwei Sekunden! Ich werfe eine Bombe! Yeah! Yeah! Gewonnen! Yeah! Wir sind die Besten! Genau! Also, bis gleich! Nochmal wieder lila, wer alle? Gadgets! Ah ne, jetzt ist es orange! Wie kann ich hier denn zum blödes Kit auswählen? Orange! Orange! Ich kann... Du bist bereits Team Orange! Ihr auch? Ja! Warte! Warte! Testbar, Konzentrat, Blaster! Ah! Hier unten rechts! Ne! Gadgets! Ich hab Blaster ausgewählt! Ne! Hier vorne! Da gibt's so Menschen, die da stehen! Menschen? Hier! Guck doch mal! Alter! Am Rand! Guck mal! Konzentrator! Blaster! Kekser! Ich fand meinen gut den Kleckser! Aber ich versuch... Ja, ich probier's nochmal mit! Mhm! Okay, ich bin orange! Ich bin orange! Ja! Oh scheiße! Wir zu dritt gegen vier! Oh! Ja! Wir kommst zur zweiten Runde! Wir haben den Blaster! Monster Blaster! Ich bin auch Blaster! Ja! Und was ist Miri auch Blaster? Wir sind drei Blaster! Ich bin das, was du letztes Mal warst! Ja Blaster! Boah, das ist geil! Oh nein! Ich bin... Das Problem ist, wir haben drei gegen äh... Drei gegen vier, das läuft! Komm her, du Lutscher! Du kriegst direkt eine Ladung ins Gesicht! Was? Wo ist einer? Hier oben! Alarm! Achso, ich hab keinen Titel mehr! Oh nein! Geht weg! Oh, ich hab einen getötet! Entschuldigung! War nicht so gemeint! Ich komm nicht hoch! Wo ist der Lappen? Wo ist er denn? Der hat alles Bund gemacht! Hier ist er! Hört ihn! Hört ihn! Wo ist er denn? Hier unten! Diese Cheater! Was jetzt? Ähm! 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 Das war gut! Ich glaub unser Internet ist gestorben! Ich glaub auch! Okay! Du sehen uns gleich wieder! Ahaha! Das wird ja lustig! Ja! Gut! Riol und Darktypie gegen mich und Miri! Warum krieg ich mal am Anfang mal Schaden? Wenn du dich bewegst! So! Nach unserem Internet disconnect nächste Runde! Aber diesmal 2 gegen 2! Riol und Darkscope gegen Balu und Miri! Ihr verkackt! Ja! Ja! Alter ist das Kid scheiße! Welches hast du? Der Concentrator! Du hast irgendwas mit nem Bogen! Ja! Der ist voll scheiße! Sag doch! Ich hab den Schuh dran! Die Scheiße! Erschossen! Entschuldigung! Halt nicht so gemein! Mir selten ich einfach schießen kann und Farbe machen kann! Also ich bin definitiv keiner von den Klassen die Farbe spürt! Miri! Was denn los mit dir? Warum rennst du denn weg? Nix! Was mach ich denn? Hey! Wo bist du hin? Nein! Au! Scheiße! Hast du ihn getötet? Ja! Steht da! Ich bin aber auch selber gestorben! Okay! Das ist nicht so schlimm! Ich weiß nicht wie Farbe verspürt ihr hier! Ach! Ich dachte du wärst gestorben! Sah so aus! Do the... Do the barrel roll! Also nicht! Ah! Wo kommen denn die Grünen schon wieder? Was? Was ist denn mit dem Fall? Hat er dich umgeschossen? Ja er ist hier! Miri soll ich dich rächen? Ja bitte! Ja warte! Wo ist der Arsch? Ja bitte! Komm her! Komm her! Mietz! 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 Ich treff ihn auch nicht oder? Na so viel! Ah ne! Ich werd nicht da hinten! Ah! Wie ich da reingesmurft bin! Wie so ein Lappen! Irgendwie machen die uns fertig Miri! Das geht doch nicht! Jawoll! Miri! Wow! Wo kommt der her? Wo kommt der her? Alter! Wie man nicht damit rechnet wo die Leute herkommen ne? Voll behindert! Geh sterben Junge! Au! Wieder gestorben! Irgendwie! Nein! Geh sterben! Ja guck mal auf die Prozentzahl mein Freund! Guck mal auf deine Prozentzahl in dein ähm in dein Bauch! Was? Okay! Mir fiel grad nichts ein Mann! Das war aber gut! Ja ich weiß! Ich fühle mich gedischt mal Louis! Ja bitteschön! Miri mach alles grün! Da kommt Riol! Da ist er! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Ich seh ihn weg! Jetzt hat er sich verzogen! Neul Feigling! Jetzt hat mich der andere getötet! Oh! Ja! Ah! Ins Gesicht! Miri! 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 Du musst mehr Prozente machen! Miri! Das geht so nicht! Miri! Miri! Wir wollen doch gewinnen! Oder nicht? Wir wollen doch gewinnen! Also manchmal muss man echt Prioritäten setzen! Auch in einer Beziehung! Nicht vor mich laufen! Wie soll ich denn Farbe verteilen wenn du vor mir rumläufst? Hä? Was glaubst du? Oh! Da ist der Arsch! Nein! Nicht mich töten! Nicht mich töten! Du Arsch! Welcher Arsch? Der Typ! Der Darkscope! Ah! Da ist er! Nein! 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 Wir verlieren das! Miri! Ich weiß! Wir verlieren! Wir gewinnen! Wir haben noch 15 Sekunden! Wir müssen jetzt nur schnell alles grün machen bevor sie uns zu Tode schießen! Los! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Ah! Das ist der andere! Ich finde schön, dass du gesagt hast, dass ihr alles grün machen wollt! Wir machen alles grün! Das war uns der Ziel! Halt die Schnauze! Mach was! Nein! Guck mal! Acht Prozent! Ach so ne Scheiße! Die Acht Prozent! Ja Acht Prozent! Rechts fehlten uns nur noch! Tja ihr Lieben! Aber das war's von Splatoon! Zwei Folgen und eine halbe oder so! Wir hoffen, mir hat das ganze gefallen! Guckt bei Rionokeks vorbei und bei Miri unbedingt! Links unten in der Beschreibung und dann bis zum nächsten Mal rein und tschüss! Tschüss! Tschüss!